Hey ihr lieben Menschen da draußen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und ich freue mich, dass ganz besonders du eingeschaltet hast. Zu einer weiteren Episode meinem Podcast Sehen gefügelt für die Rebellen und Rebellen des Geistes. Ich habe mich zu diesem Thema aus aktuellem Anlass spontan entschieden. Ich möchte heute mit dir eine heiße Frage erforschen. Wenn du die Wahl hast, möchtest du lieber gut oder möchtest du lieber ganz sein? Und bevor du zu schnell antwortest, lade ich dich ein, diese Episode aufmerksam zu lauschen. Es geht um eines meiner Lieblingsthemen und aus meiner Sicht eines der existenziell bedeutsamsten Themen der menschlichen Zukunft, nämlich Schattenarbeit. Da ich deine Lebenszeit sehr schätze, empfehle ich dir, dieses Video auszuschalten, wenn du jemand bist, der im Augenblick noch sehr, sehr viel Spaß daran hat oder auch eine Form von moralischer Genugtuung zum Beispiel im Internet unterwegs zu sein und dich zu empören über andere Menschen. Wenn du jemand bist, der sich leicht und gern über andere aufregt und auch kristallklar sieht, was an anderen falsch ist, dann ist diese Folge sehr wahrscheinlich nicht für dich geeignet. Ich empfehle sie dir auch nicht, wenn du aus dem Teil der psychospitalien Szene kommst, der sich sehr stark auf das Licht und die angenehmen Facetten des menschlichen Daseins konzentriert hat. Schattenarbeit, wie der Name schon sagt, führt uns in die Dunkelheit und zwar nicht in die Dunkelheit der anderen, sondern in unsere eigene Dunkelheit. So, wenn du mir lauscht, lade ich dich ein, mit dem sehr offenen Herzen zu lauschen. Warum habe ich mich zu dieser Folge entschieden für dieses Thema? Erstens, weil ich aufmerksam verfolge, was in der Welt passiert und vor allen Dingen auch was im Internet, was in den sozialen Medien passiert und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe das Gefühl, das Klima wird immer noch stärker überhitzt. Ich vermisse ruhige, klare, konstruktiv ausgerichtete Diskussionen, sondern ich sehe, dass sich die Lager immer mehr abspalten, ganz, ganz klare Meinungen vertreten. Das macht mir große Sorgen, weil ich weiß, KI mischt bereits mit, aber das wird noch viel, viel stärker werden. Das heißt, der Mensch wird im Laufe der kommenden Monate und Jahre massiv auf Fake-Informationen ausgesetzt sein und wenn wir nicht lernen, uns selbst auf eine tiefgreifende, achtsame Art und Weise zu reflektieren, dann gehen wir daran unter und wir werden uns einfach gegenseitig die Köpfe einschlagen. Der zweite Grund ist, dass wir, mit wir meine ich Andrea und ich, wir werden immer wieder gefragt, also besonders von den Menschen, die wir ausbilden, die wir mit unseren Seminaren daran unterstützen, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, zum Beispiel auch mit unseren Speaker-Programmen oder in der Coaching-Ausbildung. Wir werden immer wieder gefragt, okay, wie gehe ich mit den unangenehmen Phänomenen der Sichtbarkeit um, weil es ist klar, wenn du dich zeigst, wenn du deinen Kopf aus der Masse heraushebst, je erfolgreicher du damit bist, umso mehr Menschen werden dich sehen, umso mehr Menschen werden eine Meinung von dir haben. Es wird sehr wahrscheinlich mehr Menschen geben, die dich bewundern, aber es wird auch mehr Menschen geben, die dich ganz doof finden. Das heißt, du wirst einfach für mehr Menschen eine Projektionsfläche und natürlich ist es wichtig, eine innere Haltung dazu zu finden, wie du damit umgehst. Darüber möchte ich heute gerne sprechen. Und ich glaube, der dritte Anlass ist tatsächlich meine Erfahrung, die ich gerade in Japan mache. Heute ist unser letzter Tag hier in Japan. Ich werde ganz sicher in einer der folgenden Episoden nochmal ausführlich auf unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus den drei Wochen hier eingehen. Ich kann nur sagen, ich habe mich total in Japan verliebt. Und ich habe mich auch tief in die Menschen hier verliebt. Und natürlich gibt es auch hier Licht- und Schattenseiten. Und natürlich ist auch hier ganz, ganz viel Konditionierung zu erkennen. Aber etwas, was für mich extrem angenehm ist, ist die Art von Behutsamkeit, von Höflichkeit, von Respekt, mit der sich die Menschen hier begegnen. Also ich habe gemerkt, wie mir das selbst erlaubt, im Umgang mit Fremdmenschen, also meine eigene Zartheit, meine eigene Introvertiertheit noch mehr zu bejahen, also mich noch mehr zu entspannen. Also ich finde es extrem wohltuend. Und wenn ich jetzt gerade mit diesem Blick von außen zum Beispiel auf viele Diskussionen schaue, die in Deutschland stattfinden, also zum Beispiel gesellschaftspolitische Diskussionen und sehe, wie das Klima immer rauer wird, dann macht mir das einfach große Sorgen. Und meine Hoffnung ist, dass es mir gelingt, dich mit diesem Video für Schattenarbeit zu begeistern. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, vielleicht hast du es dir auch selbst schon auf die Fahnen geschrieben. Wenn du dich schon mit Schattenarbeit beschäftigt hast, dann weißt du, es ist eine Sache, das intellektuell verstanden zu haben. Es ist eine ganz, ganz andere, zu sagen, okay, ich praktiziere die Prinzipien der Schattenarbeit. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, was ist eigentlich Schattenarbeit und was ist dieser sogenannte Schatten? Ich werde darauf natürlich heute in dieser Episode nur kurz und knackig eingehen. Falls du danach merkst, boah, das Thema berührt dich, möchte ich dich von Herzen zu unserem Kurs einladen. Der heißt Schattenwerk. Findest du hier unten drunter einen Link. Aus meiner Sicht ist es einer der besten Online-Kurse, die ich je aufgenommen habe. Ich kriege auch immer wieder dieses Feedback, dass er für die Menschen sehr heilsam ist. Lade dich an, das einfach auszuchecken. Oder wenn du jemand bist, der lieber liest, es gibt auch das gleichnamige Buch Schattenwerk. So, der Begriff Schatten geht auf C.G. Jung zurück. Und alle, die sich richtig gut damit auskennen, mögen mir verzeihen, dass ich das heute nur ganz salopp und knackig runterbreche. Was ist der Schatten? Der Schatten ist basically all das von dir, was dir jetzt gerade nicht bewusst ist. Und vor allen Dingen ein ganz besonderer Teil von dem, was dir nicht bewusst ist. Also du, wir, wir alle sind hochkomplexe Wesen und das, was wir von uns selbst kennen, was wir wissen, das, was uns jetzt gerade bewusst ist, zum Beispiel an Gedanken, an Gefühlen, aber auch an Qualitäten, die wir mit uns assoziieren, das findet sozusagen im Licht unseres Bewusstseins statt. Der Clou ist, dass der Großteil unserer Psyche im Unbewussten liegt, im Dunkeln liegt. Und jeder von euch, der sich selbst schon auf den Weg gemacht hat und angefangen hat, sich mit Meditation oder Therapie weiterzubilden, sich mehr mit sich zu beschäftigen, der weiß, sobald wir den Blick nach innen richten, es ist eine Abenteuerreise ohne einen Boden und auch ohne einen Deckel nach oben. Wir sind eben nicht nur komplexe Wesen, sondern im Grunde genommen bergen wir die gesamte psychische, seelische, menschliche Landschaft in uns. Nur, dass wir halt im Laufe unseres Lebens gelernt haben, uns mit einer ganz bestimmten Ich-Vorstellung zu assoziieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel an dich denkst, an deinen Namen, an deine Person und dir einfach mal ein bisschen Zeit nimmst, dann taucht sehr wahrscheinlich ein relativ klares Bild davon aus, wer du als Person zu sein glaubst. Und da gehören zum Beispiel Eigenschaften dazu. Positive Eigenschaften, vielleicht hältst du dich für einen großzügigen Menschen, einen humorvollen Menschen, vielleicht aber auch negative Eigenschaften, vielleicht weißt du, dass du manchmal gräulst, dass du manchmal neidisch bist, etc. So, das heißt, alles, was du von dir bereits entdeckt hast, alles, wovon du weißt, aha, das bist du, das ist im Licht deines Bewusstseins. Und dann gibt es einen riesigen Bereich und der ist wirklich im Vergleich zu dem, was wir bewusst wissen, immer unendlich groß, den wir von uns noch nicht kennen. Also ich bin immer sehr misstrauisch, wenn mir ein Mensch behauptet, ich kenne mich durch und durch, weil ich glaube, dass das unmöglich ist. So, in diesem großen, unbekannten Bereich gibt es jetzt wiederum einen Bereich von zum Beispiel von bestimmten Eigenschaften oder bestimmten Erfahrungen, die für dich so negativ assoziiert sind, dass du mit ihnen nichts zu tun haben möchtest. So, das ist, das war in der Vorstellung von C.G. Jung der Schatten. Im Schatten sind all die Aspekte, mit denen wir nichts mehr zu tun haben wollen. Also zum Beispiel haben sehr, sehr viele Menschen im Laufe von tausenden, sehr, sehr viele Männer, wollte ich sagen, im Laufe von tausenden von Jahren Patriarchat gelernt, dass Schwäche etwas Gefährliches ist. Also haben wir Schwäche in den Schatten verdammt und wir wollen einfach nicht schwach sein. Was dann dazu führt, dass jedes Mal, wenn wir im Außen mit dieser Qualität, die wir in uns unterdrückt haben, mit der wir in uns auf Kriegsfuß stehen, also wenn wir mit dieser Qualität im Außen in Kontakt kommen, gibt es ein Resonanzphänomen. Unsere Seele will ganz sein. Unsere Seele weiß, dass wir bestimmte Aspekte von uns im Augenblick nicht sehen, nicht integrieren wollen. Und jedes Mal, wenn dieser Aspekt durch etwas im Außen berührt wird, gibt es eine Resonanz im Inneren und unser Schatten meldet sich zu Wort. Das erst mal so ganz kurz. Ich habe in meiner Arbeit den Begriff Schatten erweitert, weil ich zum Beispiel überzeugt davon bin, dass wir eben nicht nur unangenehme negative Eigenschaften in den Schatten verdammen, sondern tatsächlich auch großartige Eigenschaften, die vielleicht im Laufe unserer Kindheit für uns mit gewissen Gefahren verbunden worden sind. Also vielleicht hast du zum Beispiel als kleines Mädchen oder kleiner Junge die Erfahrung gemacht, wenn du wirklich ganz klar zu dem stehst, wer du bist, wenn du dich sichtbar machst, wenn du mit voller Power für deine Wünsche gehst, dass du eins drauf bekommst, dass du verletzt wirst. Und so kann es sein, dass der Aspekt von Selbstvertrauen, von Mut in den Schattenbereich deiner Psyche gegangen ist. Das heißt, etwas in dir hat beschlossen, ich bin nicht so mutig wie die anderen. So dieser Bereich deines Schattens zeigt sich auch, der zeigt sich zum Beispiel, wenn du Menschen bewunderst. Du kannst Menschen nur für eine bestimmte Eigenschaft bewundern, weil du diese Eigenschaft auch in dir angelegt hast als Potenzial. Das Problem ist nur, solange deine innere Kontrollinstanz entscheidet, nein, das darf ich auf gar keinen Fall sein, bist du quasi gezwungen, den Schatten nach außen zu projizieren. Okay? So, das heißt, der Schatten ruht. Ja? Wenn er nicht von außen getriggert wird, merken wir den gar nicht. Aber manchmal wird unser Schatten sowohl die negativen Seiten als auch die positiven Seiten von außen berührt. Zum Beispiel, wenn du ein Problem mit Schwäche hast, bleiben wir bei dem Beispiel, und du siehst im Außen ein Beispiel für Schwäche, dass dich das unangenehm triggert. Ich kann ein konkretes Beispiel aus meinem Leben bringen. Wir hatten mal eine Weile in unserem Garten einen Gärtner. Und der Gärtner hatte ganz sichtlich ein Alkoholproblem. Wir haben darüber nie mit ihm gesprochen und ich bin mir auch nicht sicher, ob er das wirklich wusste, aber es war total klar. Und was häufig bei Alkoholikern der Fall ist, ist, dass sie einfach eine Ausstrahlung von einem schwachen Wissen, von Unklarheit, aber auch ganz häufig von Bedürftigkeit haben. Dieser Mensch, wann immer dieser Mann zu uns gekommen ist, um den Garten zu machen, hatte ganz offenkundig ein Bedürfnis, mit mir zu sprechen. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich gehe dem aus dem Weg. Ich will das irgendwie nicht. Ich möchte es gerne sachlich halten. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe für mich Schattenarbeit gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, was mir schwerfällt, in mein Herz zu lassen, ist die Schwäche, die ich in diesem anderen Menschen sehe. Sein gestrandet sein. Sein gescheitert sein. Also das Bild eines Menschen, der es einfach nicht geschafft hat, sich selbst treu zu bleiben, sondern der sich selbst an einer bestimmten Stelle für eine Sucht verraten hat. Und weil dieser Aspekt in mir wie in jedem anderen Menschen angelegt ist und ich diesen Aspekt aber in mir nicht integriert hatte, sondern eine Angst davor hatte, dass ich jemals so sein könnte, dass ich jemals so die Kontrolle verliehen könnte, ist es mir schwer gefallen, diesem Menschen außen zu begegnen. Worauf ich hinaus will, ist, unser Schatten meldet sich, weil unsere Seele will ganz sein. Was wichtig zu verstehen ist, das heißt nicht, dass wir das alles durchleben müssen, um jetzt bei dem Beispiel mit dem Gärtner zu bleiben, das heißt jetzt nicht, okay, Veit, du musst jetzt ein Alkoholiker werden, du musst jetzt diese ganze Erfahrung machen, sondern es geht darum, alles, was wir im Außen erleben, als eine Reflexion unseres eigenen psychischen und seelischen Potenziales zu sehen und damit Frieden zu schließen. Das heißt nicht, dass wir es leben müssen, okay, das ist ganz wichtig zu verstehen, sondern das heißt einfach zu akzeptieren, dass das, was ich da gerade im Außen sehe, eigentlich in mir stattfindet. So, wenn wir kein Verständnis für unseren eigenen Schatten haben, sind wir in einer gewissen Art und Weise häufig Sklave von Empörung, von Neid, von Projektionen, aber auch zum Beispiel von blinder Bewunderung. Weil wir können gar nicht anders, als die Aspekte, die wir in uns verleugnet haben, nach außen zu projizieren. Es gibt noch verschiedene andere Schattendynamiken, aber eine der oder vielleicht die stärkste Form, wie sich unser Schatten zu Wort meldet, ist die Projektion. Das heißt, ich will etwas in mir nicht fühlen, ich will etwas in mir nicht wahrnehmen und ich projiziere es nach außen. Und ich sehe es plötzlich in meinem Nachbarn. Ich bin vielleicht jemand, der ganz starke ökologische Prinzipien hat, der sich in seinem Leben nie die Freiheit genommen hat, auch mal einen verrückten, weltlichen Traum zu verfolgen, sondern ich lebe vielleicht relativ karg und bescheiden und bin noch fein damit. Und dann schickt mir das Leben plötzlich eine Nachbarn, der voll draufhaut, der das Leben voll auskostet, der einen fetten Mercedes vor der Tür hat, etc. Und ich merke, ich entwickle diesen Menschen gegenüber einen starken Neid. Wenn ich jetzt vielleicht bereits ein Problem mit der Qualität von Neid habe, weil Neid nicht zu meinem Verständnis meiner Persönlichkeit gehört, weil ich irgendwann beschlossen habe, Neid ist ein schlechtes Gefühl und ich bin auf gar keinen Fall ein neidisches Wesen, dann muss ich jetzt bereits sozusagen, dann muss ich den Neid unterdrücken. Und das passiert aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft sehr häufig. Deutschland wird nicht umsonst häufig als eine Neidkultur beschrieben. Das heißt, wir haben ganz häufig Neid darauf, dass jemand anderes etwas lebt, was wir uns selbst nicht erlauben. Wollen uns aber selbst nicht eingestehen, dass wir neidisch sind. Also was mache ich jetzt? Ich unterdrücke den Neid und suche mir jetzt einen Grund, warum mein Nachbar schlecht ist, warum er böse ist. Ich verdamme ihn zum Beispiel von einer moralisch überhöhten Position für sein unethisches, unökologisches Verhalten. So jetzt fühle ich mich plötzlich besser. Was ich gemacht habe, ist, ich habe einen unangenehmen Aspekt meiner Psyche, nämlich Neid sublimiert und verwandelt in einen Aspekt meiner Psyche, mit dem ich gut umgehen kann, nämlich das Gefühl von gerechter Empörung. Und vielleicht ahntest du jetzt schon, worauf ich hinaus will. Wir haben heutzutage aus meiner Sicht, kannst du dich gerne korrigieren, wenn du es anders siehst, ein Milieu, besonders im Internet, geschaffen, wo es dermaßen schick und angesagt ist, sich moralisch zu erhöhen und sich zu empören, entweder über einen anderen Menschen, über ein Ereignis oder über eine ganze andere Menschengruppe. Ich bleibe bei dem konkreten Beispiel mit dem Nachbarn. Wenn ich jetzt Schattenarbeit machen würde an der Stelle, dann würde ich mir denken, warte mal ganz kurz, ich kann diesen Nachbarn nicht mehr ruhig, nicht mehr klar, nicht mehr im Mitgefühl sehen. Sondern jedes Mal, wenn ich an ihn denke, merke ich eine Anspannung in mir. Anspannung, wenn du an jemand anderen denkst oder an etwas anderes denkst, ist immer ein Zeichen davon, dass dein eigener Schatten getriggert wird. Jetzt sagst du vielleicht, ja, warte mal ganz kurz, aber ich habe nun mal diese ökologischen Prinzipien. Super, aber ich möchte dich gerne challengen. Wer sagt denn, dass du deine ökologischen Prinzipien nicht auch ganz ruhig haben könntest und voller Mitgefühl? Ist es denn wirklich so, dass deine Empörung einem anderen Menschen gegenüber tatsächlich etwas verändert? Also diesen Menschen zum Beispiel inspiriert zur Veränderung? Oder lässt dich deine Empörung einfach für einen kurzen Augenblick ein bisschen besser darstellen als jemand anderes? Und vor allen Dingen, du baust Druck auf, ab. So, mal angenommen, du würdest jetzt Schattenarbeit machen, dann würdest du sagen, ah, warte mal ganz kurz, okay, ich bin empört, ich schaue mal, was da runterliegt. Und dann würdest du vielleicht meinen, goh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin eigentlich gar nicht empört, sondern ich bin neidisch. Ich bin neidisch, weil ich fahre mit meiner kleinen Ökogoko durch die Gegend und der sitzt in einem riesigen Mercedes. Und halte ich jetzt mal nicht an dem Beispiel fest, das ist wirklich jetzt einfach nur ein klischeehaft übertriebenes Beispiel. Okay, so. Das heißt, jetzt bist du schon mal eine Schicht tiefer, weil jetzt bist du bereit, Neid zu integrieren. Ja, du bist bereit, dir einzugestehen, aha, ist ja interessant, ich habe mich für einen aufgeklärten Menschen gehalten, aber tatsächlich gibt es auch in mir Neid. Das ist vielleicht erst mal peinlich, unangenehm für mich, aber irgendwie fühlt es sich auch gut an, mir das einzugestehen, ich bin neidisch, Punkt. So, jetzt bin ich eine Schicht tiefer und jetzt kann ich gucken, worauf bin ich denn neidisch? Ja, was lebt dieser andere Mensch, was ich mir nicht erlaube? Okay, so. Und das heißt jetzt nicht, das wird oft falsch verstanden bei der Schattenarbeit, dass du jetzt losgehen musst und musst sagen, okay, das heißt, ich brauche jetzt auch so einen großen Mercedes, ich brauche jetzt eine Rolex oder sonst was. Nein, das bedeutet es nicht, sondern es geht darum, erst mal bewusst mit dem Teil in dir Kontakt aufzunehmen, der vielleicht auch mal Bock hat, in einem großen Auto zu sitzen, der Bock hat auf weltlichen Erfolg etc. Was du dann damit machst, ist nochmal eine ganz andere Sache, aber erst mal sozusagen all das, was du auf deinen Nachbarn projiziert hast, in dir wiederzufinden. So das bedeutet es, ganz zu werden. Okay? So gut zu sein, das ist relativ easy. Gut zu sein bedeutet einfach, ich suche mir einfach da draußen, entweder live oder im Internet, eine Menschen oder eine Menschengruppe, die ich für schlechter, für böser, für diskriminierender ... halte als mich selbst. Und jetzt habe ich diese wunderbare Produktionsfläche und ich kann den Schatten meines eigenen menschlichen, unverkommenen Daseins wunderbar auf diese Menschen projizieren. Bam! Ich kann mich empören und meine Empörung wird sich gerecht anfühlen. Sie wird sich richtig anfühlen und ich werde das Gefühl haben, ich ändere etwas durch meine Empörung, aber ich möchte dich gern nochmal challenge und ich möchte dich fragen, ändert sich wirklich etwas? Ja? So. Das ist gut sein. Okay? Gut sein bedeutet, ich bin gut, ich projiziere das, was ich in mir nicht sehen will, auf den anderen. Und es kann sein, dass jetzt schon im Laufe der paar Minuten, die du mir zuhörst, so diese ersten Widersprüche, Einwände in dir auftauchen, weil du Beispiele hast aus deinem Leben, wo du denkst, aber ich bin doch nun mal, keine Ahnung, besser als der. So. Ja? Es kann sein, dass dein Verhalten besser ist als das Verhalten eines anderen Menschen. Besser im Sinne von, dass dein Verhalten mehr zum Wohle anderer ist als das eines anderen Menschen. Ja? So friedvoller zu sein, ist ganz sicher mehr zum Wohle. Punkt. Brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Nicht rassistisch zu sein, sondern inklusiv zu denken, etc. ist ganz sicher mehr zum Wohle als rassistisch zu denken. Das Problem ist nur, solange wir all das, was die andere Seite in uns, in unserem Schatten provoziert, immer wieder einfach auf die andere Seite projizieren. Problem Nummer eins ist, wir selbst lernen nicht dazu. Wir entwickeln uns langsamer, als wir uns entwickeln könnten. Weil menschliche Entwicklung bedeutet eben nicht, permanent nach Licht zu streben. Menschliche Entwicklung bedeutet auch nicht, dass du dich nur mit Menschen in deiner Blase umgibst, die die Dinge genauso sehen wie du und die ja und am da zusammen. Menschliche Entwicklung bedeutet eben auch festzustellen, fuck, ich bin ein paradoxes und ein hochgradig komplexes Wesen. Und die Arschlöcher, die ich da immer noch da draußen projiziert habe, die habe ich auch in mir. Okay. Auch in mir gibt es einen ausgrenzenden Teil. Auch in mir gibt es einen überheblichen Teil. Auch in mir gibt es einen rücksichtslosen Teil und so weiter und so weiter. Es war Rumi, der gesagt hat, wach auf, schau dich um. Die gesamte Welt ist ein Spiegelkabinett. Nochmal, das bedeutet jetzt nicht, dass wir das leben müssen. Okay. Aber bevor wir nicht den kleinen Nazi in uns finden, bevor wir nicht in unserer eigenen Psyche den Keim eines Nazis finden und voller Mitgefühl verstehen, wie aus diesem Keim in der Psyche eines Menschen ein echter Nazi werden kann, der anfängt, Parolen herauszugrölen und das nächste vielleicht auch danach zu handeln etc., solange werden wir nicht in der Lage sein, mitfühlend und klar ein Feld von Evolution zu schaffen, ein Feld von Kultur zu schaffen, wo wir alle voneinander lernen können. Und damit ihr mich bitte an der Stelle richtig versteht, Schattenarbeit bedeutet nicht, dass ich ab jetzt allem und jedem gegenüber tolerant bin, so nach dem Motto, ja, das ist ja alles einfach nur eine Projektion, mach du mal da draußen, was du willst. Nein, das meine ich nicht. Natürlich ist es wichtig, innerhalb einer Gesellschaft erstmal für dich sehr klare Werte aufzustellen, Werte, von denen du überzeugt davon bist, ist, dass sie zum Wohle aller die Besten sind und dich dann sehr, sehr klar für diese Werte einzusetzen. Zum Beispiel, indem du mit deiner ganzen Betroffenheit über die Umstände, die derzeit auf unserem Planeten herrschen, auf eine Demonstration gehst, aber eben nicht deine Energie, deine Kraft gegen eine andere Gruppe richtest, weil das ist einfach nur ein fucking Projektionsspiel und wird diese andere Gruppe nur dazu bringen, dass sie sich noch mehr abkapselt, dass sie wiederum ja auch noch mehr Gelegenheit hat, auf eure Gruppe zu projizieren. Du wirst dich zwar unglaublich cool und selbstgerecht fühlen, aber du wirst den Lernprozess einzelner Individuen und unserer Gesellschaft dadurch nicht wirklich anregen, sondern du wirst dich einfach in deinem eigenen Bubble bestätigen. Also anstatt gegen einen anderen Menschen zu gehen, für einen Wert zu gehen, klare Grenzen zu setzen, aber eben nicht aus einer Energie von Verdammung heraus. Eine Energie von Verdammung heißt immer, ich habe selbst einen unerlösten Schatten. Okay? Solange ich nicht das größte Arschloch dieser Welt auch in mir gefunden habe, solange werde ich letzten Endes mit dem Finger nach außen zeigen und werde den Schuldigen da draußen finden, solange ich nicht einen populistischen Politiker in mir gefunden habe und nochmal, wir müssen das nicht hier leben, aber wir müssen diese Facetten der Psyche in uns wiederfinden, in uns verstehen, solange werde ich diese Widerspiegelung da draußen in Form eines Politikers ich werde es nicht wirklich verstehen, sondern ich werde einfach nur gegenknallen. Okay? So. Und dasselbe betrifft auch Bewunderung. Solange ich Jesus bewundere, Nelson Mandela bewundere, Martin Luther King bewundere oder vielleicht, keine Ahnung, wem du im Internet folgst und wem du bewunderst und diesen Menschen aber innerlich auf einen Sockel stellst. Das heißt, es ist immer cool, mal die Augen zuzumachen. So bei negativer Schattenproduktion ist es ganz häufig so, dass du dich so ein bisschen energetisch über dem anderen fühlst und so runterschaust. Und bei positiver Schattenproduktion ist es ganz häufig so, dass du quasi vor einem Sockel stehst und auf dem Sockel steht dein Vorbild. So, was machst du hier? So, warum ist der andere überhaupt dein Vorbild? Sie kann nur dein Vorbild sein, weil du in diesen Menschen eine Qualität, eine psychische oder seelische Qualität siehst, die in dir vorhanden ist. Nochmal, du könntest diesen Menschen nicht einmal bewundern, wenn diese Qualität nicht in dir vorhanden ist. Das heißt, jeder von uns hatte Nelson Mandela in sich. Jeder von uns hatte Martin Luther King in sich. Okay? Aber solange wir beschließen, das ist zu heiß für mich, das hatte für mich zu viele Konsequenzen, wer weiß, was dann passiert, es ist easier, dein Vorbild auf den Sockel zu stellen und in dieser Bewunderungshaltung stehen zu bleiben und dich in einer gewissen Art und Weise so ein bisschen im Licht dieser Lichtgestalt zu sorgen, weil du bist der sozialen Anhänger, du findest diesen Menschen cool, anstatt ihn runterzuholen innerlich auf Augenhöhe und dir klarzumachen, dass dieser Mensch in irgendeiner Art und Weise eine Reflexion deines positiven Schattens sein muss. Okay? Und dich dann zu fragen, okay, was sehe ich in diesem Menschen, was bewundere ich in diesem Menschen, diese Qualität zu benennen und dann bewusst zu entscheiden, ob du diese Qualität in deinem Leben aktivieren möchtest. Wie könnte das aussehen? Vielleicht nicht gleich so eine Riesenheldentat, aber du kannst ja beginnen mit kleinen Taten jeden Tag diese Qualität, die du so bewunderst, in deinem Leben zu stärken. Okay? So. Jetzt zu der Frage, okay, wie gehst du damit um, wenn du sichtbar bist und du merkst, du wirst Opfer in Anführungsstrichen dieser Schattenprojektion. Erstmal, du musst dir absolut klar machen, du bist kein Opfer, okay, sondern du hast gewählt, dich sichtbar zu machen. Du hättest dir auch wählen können, die Klappe zu halten, dich in einer Wohnung zu verschließen. Nein, aber du bist aus irgendeinem Grund, bist du rausgegangen, du hast gesagt, ich habe was zu sagen, du hast einen Post formuliert, du hast ein YouTube-Video aufgenommen, du hast einen Vortrag gehalten, du wolltest das. Okay? So. So, mach dir klar, je mehr Menschen etwas auf dich produzieren, ist es im Grunde immer ein Ritterschlag für dich. Es zeigt einfach, okay, du wirst gesehen. Punkt. So. Das Zweite, was du mir wirklich klar machen musst, sonst gehst du verrückt in diesem Spiel, ist, diese Menschen sehen nicht dich, okay, sondern sie sehen eine kleine, verzerrte Version von dir abgebildet in ihrem Gehirn. So, wenn du in das Gehirn deines größten Kritikers reinschauen könntest und du würdest sozusagen seine, ihre Fassung von dir sehen, dann würdest du dich sehr wahrscheinlich ziemlich schnell beruhigen, weil du merken würdest, das ist ja eine Comicfigur, das hat mit mir persönlich gar nichts zu tun, da fehlen ja so wichtige Informationen, okay? So. also, wenn es dir möglich ist, feier es, dass du wahrgenommen wirst, aber nimm es einfach nicht so persönlich. Aber nimm es bitte auch nicht, gar nicht persönlich. Was meine ich damit? So. Es geht nicht darum, mit dem anderen zu diskutieren. Also zum Beispiel, Andrea und ich, wir haben vor, ich glaube jetzt mittlerweile drei Wochen machen wir in einem Video einen, das machen wir extrem selten, einen sehr intimen Einblick in unsere Beziehung gewährt. So. Und zwar klar, ein paar Leute werden damit gehen können, ein paar Leute werden aussteigen. Ich weiß, dass sowohl die Menschen, die daran etwas sehen, was sie total bewundern, als auch die Menschen, die daran etwas sehen, was sie total doof finden, letzten Endes über sich sprechen, über ihre Beziehung sprechen. So, ich habe versucht, mit jedem Einzelnen, der mich für irgendetwas kritisiert hat, ins Gespräch zu kommen, zu argumentieren, etc., bis ich gemerkt habe, es ist eine fucking never ending story und vor allen Dingen, die meisten Menschen wollen ihre Meinung gar nicht korrigieren. So, jemand, der wirklich mit dir ins Gespräch kommen will, also mal angenommen, du bringst den Post raus zu einem bestimmten Thema und jemand ist aufrichtig an dir interessiert und ist aufrichtig an der Wahrheit interessiert, der wird nicht einfach irgendwas vor deine Tür kacken, sondern der wird Respekt vorklingeln und wird sagen, ich hätte da mal eine Frage. Hast du Lust, dich damit auseinanderzusetzen? So, wenn dir Menschen so begegnen, dann würde ich sagen, geh drauf ein, weil natürlich haben wir alle Blindspots und bestenfalls werdet ihr beide miteinander lernen und ihr werdet ganzer aus eurem Dialog herausgehen, okay? Aber wenn jemand einfach rumkackt, erinnere dich daran, als du das letzte Mal um mich rumgekackt hast, das ist im Grunde genommen nicht wirklich relevant. Was relevant ist und deswegen meine ich, bitte nimm es nicht hundertprozentig nicht persönlich, was relevant ist, ist zu gucken, was es mit dir macht, okay? Weil erstens, wir haben Blindspots und zweitens, allein der Teil in uns, der sich noch unsicher fühlt, der noch Zweifel hat, der Angst vor Liebesumzug hat, etc., der wird auf eine wundersame Weise herausgefordert von diesen Menschen, die uns da kritisieren. Also im Grunde genommen könntest du es auch positiv sehen und du könntest sehen, all diese Menschen sind die Antwort auf ein Gebet nach Freiheit, nach wahrem Urvertrauen, was du irgendwann mal bewusst oder unbewusst geäußert haben musst. Also während unsere Vorfahren irgendwo auf dem Dorf gesessen haben und vielleicht mit drei Leuten zu tun hatten, hast du die Chance in der heutigen Zeit besonders im Internet, in den sozialen Medien sozusagen deine Produktionsfläche nach außen zu vervielfachen. So 100 Menschen in die Szene, 100-fache Produktionsfläche, 1000-tausendfache, 10.000-10.000. Wenn du es sportlich nimmst, also wenn du jetzt nicht auf die Idee kommst zu denken, du müsstest jetzt mit jedem dieser Menschen diskutieren, sondern einfach, wenn du siehst, okay, was reflektieren denn dir diese Menschen zurück und wo berührt es dich noch, ist es im Grunde genommen eine super effektive, kostenlose Schattenarbeitstherapie für dich. Was meine Kritiker machen, sie zeigen mir einfach, an welchen Stellen bin ich noch wund, an welchen Stellen will ich noch gefallen, an welchen Stellen habe ich zum Beispiel auch noch, bin ich ganz ehrlich, eine Verachtung für platte Kommentare. Solange ich Kommentare für platt verachte, werden diese Kommentare ganz sicher passieren. Du kriegst hier einen Punkt. Also nochmal, wenn du mich fragst, was ist ein guter, gesunder Umgang mit Schattenarbeit, geh nicht in dieses Schamützel da draußen, also diskutier nicht mit jedem, mach dir erstens klar, okay, die reden eigentlich alle mit sich selbst, Punkt immer eins, Punkt immer zwei, wenn du dich berührt fühlst, also wenn du merkst, okay, da ist wie so ein Dorn bei dir hängen geblieben, ist es immer ein Zeichen davon, dass bei dir noch irgendetwas ungelöst ist, dass du einen bestimmten Anteil von dir noch nicht liebst, dass du dich vielleicht noch unsicher fühlst, etc. Ein sehr, sehr guter Freund und hat mir mal vor vielen Jahren, als er als eine Art von Mentor mir auf meinem Weg zu Erfolg geholfen hat und ich ihm erklärt habe, was ich gern möchte und dass ich wirken möchte und dass ich die Welt verändern möchte und dass ich Bücher schreiben möchte, die auch wirklich gelesen werden, da ist der für einen Moment stillgerommen, dann hat er mich gefragt, Veit, bist du dir klar, dass du dafür kugelsicher werden musst? Und ich habe damals gedacht, er meint mir kugelsicher, ich muss mir eine Weste zulegen, eine cool, sichere Weste, aber was er eigentlich gemeint hat, ist die Fähigkeit, total offen zu sein, aber die Kugeln, die kommen, so unpersönlich zu nehmen, dass sie dich nicht mehr berühren. Und das ist ein heeres Ideal und ich kann leider von mir nicht behaupten, dass ich dem schon immer gerecht werde, aber mir hat das in all den Jahren immer extrem geholfen, all diese Reizpunkte, die es gibt, wenn man öffentlich ist, wirklich als positiv für mich zu nutzen. Okay? So. Ich mache mir gerade richtig, richtig, Sorgen ist nicht das richtige Wort. Sagen wir mal so, ich schaue gerade sehr, 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 sehr nachdenklich auf unsere Zukunft. Ich sehe uns prinzipiell als eine zauberhafte Spezies an und es mag was damit zu tun haben, dass ich in meiner Arbeit natürlich meist mit Menschen zu tun habe, die gerade offen sind, die neugierig sind, die bereit sind, dazu zu lernen. Ich sehe aber auch, dass wir eine Spezies sind, die noch extrem, extrem unreif ist und sehr, sehr wenig weiß über ihr eigenes Bewusstsein weiß. Also du kannst ja einfach mal um dich herum fragen, also wer von deinen Dudes, Freunden, Kollegen, Familienangehörigen hat schon mal was von Schattenarbeit gehört und wer praktiziert sie konsequent? Und das ist krass, Leute. Also der größte Teil unseres Bewusstseins ist im Schatten. Und wir sollten im Grunde genommen bereits Kinder auf natürlich kindgerechte Art und Weise an Schattenarbeit heranfühlen, ihnen helfen zu verstehen, was sie tun können, wenn sie neidisch sind, wenn sie frustriert sind, wenn sie empört sind und so weiter und so weiter. Aber was wir haben, ist eine Gesellschaft von Großen, die sehr, sehr plump den Schatten nach außen projiziert. Auf die Juden, auf die Araber, auf die Nazis, auf die Queeren, etc., etc., etc. und das Problem, das große Problem und deswegen mache ich mir große Sorgen, ist, dass der Hebel unserer Macht immer größer geworden ist. Also ganz, ganz, ganz früh haben wir uns einfach vielleicht gestritten deswegen. Aber jetzt ist es so, dass wir können über das Internet, wir können so viel Zwietracht sehen, wir können so missleiten, wir können Part von megatoxischen Kommunikationswellen sein, die letzten Endes dazu führen, dass sich die verschiedenen Gruppierungen immer mehr abkapseln werden, weil jede Gruppierung für sich wiederum auf eine andere Gruppierung projiziert. Das wiederum sorgt dafür, dass wir kollektiv als Menschheit einfach viel zu langsam lernen und letzten Endes führt es zu Krieg. Also das, was im Nahen Außen passiert, ist Wahnsinn. Es ist absoluter, absoluter Wahnsinn. Aber wenn ihr mich fragt, ich finde es auch zum Kotzen, mit was für einer Selbstgerechtigkeit von außen auf diesem Konflikt projiziert wird und was du mich richtig verstehst. Also ich habe eine Hochachtung für alle Menschen, die sich auf eine ruhige, klare Art und Weise in Konflikte einmischen, mithelfen, Grenzen zu ziehen, etc. Aber diese verdammende Energie, die wir ganz häufig darin haben, die Dialoge kaputt macht oder Dialoge gar nicht entstehen lässt. Jetzt zum Beispiel diese Hetzjagd auf, ich sage es jetzt einfach mal, auf die mega dämlich agierenden Schnürfel da in Sylt. Du hast es sicher mitgekriegt und damit du mich richtig verstehst, natürlich bin ich gegen rechts. So. Und natürlich sind klare Konsequenzen total wichtig. aber wer von uns und du kannst ja einfach mal für dich überprüfen, wer von uns hat wirklich schon mal so richtig effektiv gelernt, wenn er verdammt worden ist. Ja. Wenn er gerichtet worden ist, wenn er gehetzt worden ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lerne am besten, wenn man mir die Hand reicht. Ich lerne am besten, wenn man mir Fragen stellt. Ich lerne am besten, wenn man mir Respekt begegnet, auch wenn ich vielleicht mit meiner andersartigen Meinung deine Knöpfe drücke. Du kriegst den Punkt. Und wenn du ein bisschen her geschaut hast, gehe ich davon aus, dass du einer von den Menschen bist, die einen gewissen Grad von Besonnenheit haben, die sich Gedanken darüber machen, was in dieser Welt passiert. Ich sehe gerade keine Möglichkeit, als dass wir den Bewusstseins Grad, also neben allem Aktionismus, den Bewusstseins Grad von jedem und jeder Einzelne von uns, dafür, wer wir sind, was unser Licht ist, was unser Schatten ist, was wir nach außen projizieren, wie wir das kommunizieren, anheben, weil ansonsten gehen wir in diesem toxischen Sumpf der Empörung und Produktion unter. Und man muss ja einfach ganz klar sagen, dass vielleicht das am Schluss noch die Algorithmen von YouTube, die Algorithmen von Instagram et cetera fördern Projiktionen. Die fördern nicht Dialoge, wo Menschen friedvoll zusammenkommen, die fördern nicht den Moment, wenn du dich mit einem Andersdenkenden austauscht und ihr habt einen super coolen entspannten Austausch, sondern die fördern die fördern die Brandherde, in denen Empörung stattfindet, in denen die Fetzen fliegen. Und ich sitze hier nicht als jemand vor dir, der moralisch einwandfrei ist. Glaub mir, ich reg mich so mega schnell auf. Und ich habe auch einen Teil in mir, der sich total schnell einfach über irgendjemanden oder über irgendwas erheben möchte. Aber ich weiß einfach, dass letzten Endes, dass alles, was ich sehe, auch in mir vorhanden ist. Und dass ich am Ende meines Lebens nicht gut sein möchte, sondern ich möchte ganz sein. Weil ganz sein ist die Basis von Freiheit. Und ganz sein ist das Fundament unseres Mitgefühls. So erst, wenn ich ganz bin. Erst, wenn ich den Dreck, den ich da draußen sehe, in mir wiederfinde und aushalten kann. Und das ist eine harte Nummer. So empört zu sein, zurückzuschlagen, zurückzubeleidigen, ist viel, viel einfacher, als für einen Moment die Klappe zu halten, tief durchzuhatmen und dich erst mal durch alle Schichten durchzufühlen. durch deine Empörung, durch deine Wut, durch deine Angst, durch deine Ohnmacht, bis du den Ort an dir findest, an dem sich Dunkelheit und Licht vereinen. Den Ort, an dem alles, was du da draußen gesehen hast, in dir zur Ruhe kommt. So, das ist für mich Schattenarbeit. Und ich hoffe, es rüberkommt. Und ich hoffe, ich konnte dich berühren. Und wenn ja, würde ich mich total freuen, wenn du mir ein Zeichen hinterlässt, einen kurzen Kommentar, deine wichtigste Erkenntnis. Vielleicht noch am Schluss also eine Frage, die mir ganz häufig hilft, also mich für Schattenarbeit zu öffnen. Also wenn ich merke, ich habe eine Anspannung einer Person oder einer Menschengruppe gegenüber, dann frage ich mich gern, was lässt mein Herz noch nicht rein? Also was lässt mein Herz noch draußen? So ist keine Kunst, die Menschen in dein Herz zu lassen, die genauso denken wie du. Es ist keine Kunst, die Eigenschaften an dir in dein Herz zu lassen, die du toll findest. Aber es ist dir möglich, einen Menschen, den du bis jetzt verdammt hast, in dein Herz zu lassen. Und das bedeutet nicht, Ja und Amen zu sagen. Vielleicht wirst du, wenn dieser Mensch wirklich in dein Herz kommt, viel effektiver, weil ruhiger, weil klarer, weil aus dem Mitgefühl heraus Grenzen ziehen können. So probier es einfach mal. Wen lässt du noch nicht in dein Herz? Und ja, dann gibt es dann vielleicht erst mal eine Stimme, die aufschreit, sagt, Ne, den auf gar keinen Fall. Und die auf gar keinen Fall. Aber ist dir klar, das ist zumindest mein Verständnis von menschlicher, von kollektiver Bewusstseinsevolution, dass du zwangsläufig alles und jeden, den du bis jetzt noch versuchst, draußen zu halten, irgendwann in dein großes spirituelles Herz holen musst. Und ist dir klar, dass einer der aktivsten Beiträge, den du leisten kannst, dass Menschheit schneller lernt, der ist, dass du deine Schattenanteile, die du nach draußen projiziert hast, zu dir in deinem Herz holst, ist. In diesem Sinne wünsche ich dir Lust auf Schattenarbeit. Und ich wünsche dir die Bereitschaft, an manchen Stellen deiner Empörung und deinem dich besser fühlen als anderen. Es ist eine Sucht, dieser Sucht etwas mehr zu widerstehen. Weil was ich dir vor allen Dingen wünsche ist, nicht, dass du aufgegeilt und empört durchs Leben gehst, sondern, dass du souverän, klar und Frieden frei das Leben gehst. Ich freue mich über eine kurze Message von dir unten drunter. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast und falls du es für wertvoll empfindest, freue ich mich auch, wenn du hier einen Klick machst und wenn du tiefer einsteigen willst in das Thema Schattenarbeit, nochmal die Empfehlung, check mein Buch aus beziehungsweise den Kurs dazu. Links findest du unten drunter. Ich wünsche dir, dass du nun mal ganzer Mensch wirst. Immer ganzer. Ciao.